Grüße, hier bin ich Silvia Heinrich vom Weingut Heinrich in Deutschkreuz. Unser Weingut liegt in Deutschkreuz im Blaufeinkischland und wie der Name schon sagt, ist die Sorte Blaufeinkisch vorherrschend und meine Leidenschaft. Wir lernen sehr viel Wert auf naturnahe Produktion, das ist uns ganz wichtig, und eine händische Ernte. Wir arbeiten eigentlich seit Anfang an mit Gurkern sehr erfolgreich zusammen und ich habe mich dann irrsinnig gefreut, wie es auf mich zukommen ist und mich gefragt haben, ob ich einen Gurkernwein für Sie produzieren möchte. Der Gurkernwein ist ein Blaufeinkisch, natürlich, wir sind im Blaufeinkischland, ein klassisch ausgebauter, sehr fruchtiger Wein, der einfach Lust auf mehr macht. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weiterhin so erfolgreich zusammenarbeiten und vielleicht dann weiterhin Gurkernwein produzieren dürfen.